Es gibt diesen Tag, diesen einen Tag der Woche. Er ist mittendrin. Es ist nicht Montag oder Dienstag, die Tage, womit die Woche anfängt, was alles in den Berg runter geht. Es ist nicht Donnerstag oder Freitag, wo man sich bereit auf Samstag oder Sonntag freut. Es ist Mittwoch. Dieser eine Tag, der nichts Gutes und nichts Schlechtes beinhaltet, der das Leben in Balance hält. Direkt die Waage der Woche. Oh ja, perfekt ausgeglichen. Sie können diesen Mittwoch genießen. Jede Woche mindestens einmal. Jede verdammte Woche der 52 Wochen im Jahr. Sie können ihn jede Woche genießen. Den Mittwoch bedeutungslos für den Anfang der Woche, bedeutungslos fürs Ende der Woche, bedeutungslos für freie Tage. Er ist vollkommen nutzlos. Er ist einfach da. Aber Sie, Sie können ihn exklusiv genießen. Wenn Sie jetzt unser super geiles Mittwochspaket kaufen, werden wir Ihnen auch sagen, wie Sie ihn nutzen können. Kaufen Sie Ihr Mittwochspaket bei uns. Denn nur wir wissen, wie man diesen nutzlosen Scheißtag in einen guten Tag verwandelt. Kaufen Sie Ihr Mittwochspaket. Wir machen Ihren Mittwoch zu einem goldenen Tag der Woche. Kaufen Sie Ihr Mittwochspaket.